MLS. Bella bestätigt Ex-Beziehung gleichzeitig Trennung. MLS. Bella, 30, gibt Einblicke in ihr Liebesleben. Die Influencern ist eigentlich dafür bekannt, ihr Privatleben nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Vor einigen Jahren machte sie zwar die Beziehung und auch die Trennung mit dem YouTuber in Scope 21, 27, publik, danach behielt sie Liebesness jedoch eher für sich. Ihre Fans spekulierten trotzdem, dass sie mit dem Rennfahrer Daniela Abt zusammen ist. Nun bestätigte Bella, dass sie zuletzt eine Trennung durchgemacht hat. Mit wem sie zusammen gewesen ist, verriet die Beauty zwar nicht, aber in ihrer Instagram-Story schrieb sie, es gab ein paar Jahre jemanden, mit dem ich zusammen war. Seit ca. 2-3 Monaten nun nicht mehr. Bella war also tatsächlich längere Zeit vergeben, jetzt aber nicht mehr. Trotz allem sei sie momentan sehr glücklich. Sie wollte dies ihren Followern nun erzählen. Um deutlich zu machen, dass man sich von außen nur schwer ein Bild von Influencern machen könne. Bella entscheidet nämlich ganz bewusst, was sie postet und was nicht, und habe somit selbst in der Hand, was an die Öffentlichkeit gerät. Aber wie kamen ihre Fans dann auf Daniel? Ab und an teilten die beiden ziemlich ähnliche Storys, beispielsweise von ihrem zeitgleichen Urlaub auf den Maldiven im März 2022. 印象 von Vielen Dank.